Musik Guten Tag, ich bin Frau Memheld aus Frankreich. Ich bin Deutschlehrerin für meine französischen Schüler in Melle. Melle ist eine kleine Stadt, eine Stunde vom Atlantik entfernt, also sehr westlich von Frankreich. Und wir haben jetzt eine super Woche hier in Deutschland verbracht. Wir haben Berlin besichtigt, wir waren auch in Potsdam und natürlich auch den Weihnachtsmarkt. Etwas, was unsere Schüler eigentlich in Frankreich gar nicht kennen. Bonjour, ich bin Clement, ich bin Melle, ich bin ein Korrespondent hier in Allemagne. Ich passe eine Woche auf dem Campus da Vinci. Wir haben in der ersten Weltkrieg gearbeitet und auf den Lettren, die die Soldaten an ihre Frauen und auch in der anderen Klasse. Ja genau, ich bin Emelie, das ist Elena, wir sind in der achten Klasse und bei uns sind gerade zwei Mädchen zu Besuch gewesen, nämlich zwei Franzosen. Und wir machen heute ein Theaterstück, sozusagen ein bisschen eine Wochenzusammenfassung zum Thema Erster Weltkrieg. Ja, heute Nachmittag werden sie abreisen, aber es war schön, dass sie da waren und nächstes Jahr fahren wir hin. Ja, heute Nachmittag werden sie in der ersten Weltkrieg.